Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einem neuen V-Log. Wir sind gerade noch im Training. Antonio macht noch Bauch. Und heute erzählen wir euch, wie die Diät von Antonio läuft und wir fahren News. Wir sind fertig mit unserem Training. Es ist Montag und diese Woche ist Pilotwoche, das heisst, wir machen die Hälfte der Sätze, aber selbes Gewicht. Genau. Dadurch ist das Training viel, viel kürzer und man kommt in eine Erholungsphase. Genau, das ist unsere Erholungsphase. Ja, Vlog über meine Diät, wie es aktuell so läuft und... Und ich erzähle euch noch die Schlussphase meiner Off-Season. Und ja, ich würde mal sagen... Yes. Also im Moment bin ich 13 Tage auf Diät. Are you fucking kidding me? Ich merke eigentlich noch nicht, dass ich in der Diät bin, da ich noch keinen Heisshunger habe. Die Kalorien sind immer noch bei 3200. Also ich schätze mal, es sind genau 3100, weil ich immer mit dem Gemüse variere und das kann bis zu 100 Kalorien ausmachen, habe ich ausgerechnet. Die Form wird immer wie besser, obwohl ich kein Defizit habe. Aber wir trainieren zweimal am Tag. Sechs Mal die Woche. Zwölf Mal... Zwölf Trainings die Woche. Sechs Tage, zwölf Trainings die Woche. Genau. Und äh... Später kommt noch ein kleines Video um eine jetzige Form und wie es anfangs die Diät aussah. Das kommt jetzt. Hallo Freunde, heute 13 Tage Diät. Ich zeige euch schnell ein Update meiner Form. Update. Update, sorry. Sixpack, leicht sichtbar. Meine sind noch voll, Fett und Wasser. Baden auf. Rücken auf. Yeah. Front, left. Ja, das ist schon besser gut. Ihr seht, das Ganze geht langsam voran. Immer noch bei 3200 Kalorien. Eigentlich noch kein Defizit, aber die Form wird Tag zu Tag besser. Mal schauen, noch gute 100 und etwas Tage out. Mal schauen, was noch geht. Und ja, das war's bis jetzt. Ich habe noch keinen Cheatmeal gehabt bis heute. Wird auch nicht. Mein Ziel wäre vier Monate ohne Cheatmills. Mal schauen, was mein Coach sagen wird. Und ja, wie läuft es bei dir so? Also, ich bin gerade in der Schlussphase meiner Aufsaison. Und wie man sieht, langsam kommt das Fett und Wasser. Ich bin jetzt so schwer wie noch nie. Ich bin jetzt etwa 77 Kilo. Läuft? Okay, jetzt. Ja, nein. Also, ich denke, 2-3 Kilo Muskelmassen. Der Rest ist wohl Fett und Wasser. Aber egal. Und ja, 4. August geht es bei mir los mit der Diät. Ich freue mich drauf. Und das heißt dann, ja, circa 3 Monate Diät, um shredded as hell zu werden. Oh yeah. Hast du noch was? Das war's bis jetzt. Sei gespannt. Ah nein. Noch was? Noch was? Wir haben ein paar Nachrichten erhalten, dass ihr mehr von uns privat sehen wollt. Sprich allgemein Lifestyle, Party und so weiter. Auch Einkaufen und Sachen, die nichts mit Fitness zu tun haben. Schreibt uns unten in die Comments, was ihr genau sehen wollt. Und wir filmen alles ab. Vielleicht. Manche Sachen nicht. Und ja, ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Nicht vergessen, abonnieren. Subscribes. Genau. Comments. Bis zum nächsten Mal. Adios. Amigos. 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 Vielen Dank.